Fahren wir auf den Prellburg zu? Prellburg? Was machen wir da? Wir nehmen die E-Bremse raus. Die E-Bremse raus. Und bremsen nur mit der Luft. So wird das gemacht. Wir haben jetzt noch zwei Fragen und ein Hinweis. Guck dir das an, pass auf. Genau so gehst du nach Stugi rein. So sind wir reingekommen. Du darfst, die darfst du nicht benutzen. Scheiße, das Problem ist, wir haben zu schnell gebremst. Also ich so nah wie möglich an den Prellburg, ja. Wenn ich bitten darf. So. Boah, der Kollege ist aber schon da dran gefahren. Wir müssen den toppen. Ah, jetzt hat er... Haben wir ihn getoppt? Haben wir ihn getoppt? Oh mein Gott. Ist nicht dein Ernst? What? Ah, vielleicht ein paar Zentimeter. Wir müssen gucken. Ich würde sagen, ich würde sagen, ja, ich würde sagen, ja, ja, schon ein bisschen, ein bisschen. Ein bisschen. Ja, du bist auch glücklich. Bye.